Der scheiß Granate feilen lassen und der steht boah! Scheiß Sniperkarte, ey! Komm, jetzt können wir sie aber... Oh, ich hatte da grad noch einen! Wir wurden besiegt! 14, 15, ey! So spiel ich auf Playstation immer! Oh, guck mal der Camper! Ja, ist ein Sniper! Ja und? Es gibt doch genug Sniper, die rumlaufen! Was ich jetzt auch nicht so toll finde, aber wenigstens besser als das! Raus, oder? Ja, raus, geh mal raus! Geh mal raus, geh mal raus! Ech! 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 Geh mal! Ech hat mal Verlisten! Ech Schlüger! Ech. Ech! geht ja nicht. Na, leider. Mal was ganz anderes, was wir noch nie gemacht haben jetzt hier. Wann ist ein Pro? Keine Ahnung. Oder lieber nicht. Jetzt ist es zu spät. Jetzt weiß ich noch, wie wir das früher mal gespielt haben bei World of Warfare 1. Ja, oder World of Warfare 1, haben wir es noch mal gespielt. Call of Duty 4. Ja. Wir holen doch noch Zeiten, das war geil. Das werde ich mal auf jeden Fall auch noch mal holen. Ich bin rausgeflogen. Ich auch. Dann lässt irgendwas anderes spielen. Herrschaft, Bodenangriff, Herrschaft, Teamverteidiger. Sollen wir dieses Teamverteidiger spielen mit der Flagge? Mhm. Was willst du dir auf jeden Fall holen? World of War? Nee, hab ich ja. Call of Duty 4. Mhm. Für Playstation aus. PC auch. Alles. Kannst du mir lieber mein Geld geben, ey. Nee. Nee, kannst du. Das kostet nix. Teamverteidiger. Schönen sie rote Signale um einen feindlichen Takti... Achso. Ja, das glaubst du oder nicht, aber ich hab das noch nie gespielt. Ich auch nicht. Was, Mutti, Ike, Marken. Ach, weißt du auch nicht. Doch, ich weiß, was du machen musst. Du musst, äh, die Flagge, also hast du eine Flagge und die muss einer von uns haben. Du musst immer zur Flagge laufen. Häuserisch ist ein laufendes Spiel. Ja. Töten, ach, so das. Ja, ja, klar, kenne ich. Es kommt einfach. Ja, aber du musst ihn töten jetzt, in diesem Augenblick. Ja, wird aber schwierig, weil er schon da hinten ist. Nee, der, nein, ist kein Capture-the-Flag. Die müssen die halten und wenn die die halten, kriegen die Punkte. Also, die, die schnappen sie... Es gibt eine Flagge in dem Spiel, die schnappen sie sich die und das Team, welches die Flagge hält, kriegt Punkte. Töte den. Wow. Ja. Ach, du Scheiße, ey. Aber keine Panik. Wir wuseln, ich sei da, ne? Ja, ich hab die Flagge. Schön, du Ding. Warte, 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 warte. Wir bleiben auch hier, ne? Wir bleiben auch hier. Pass auf, links kommt einer. Predator. Ja, ich weiß, ich weiß. Genau, beschützt mich, mein Skla... Ah, boah. Wie, du hast die Flagge fallen lassen? Hallo, wenn er mich tötet, lasse ich sie fallen, oder? Genie. Aber das ist wieder ein Hin- und Hergewurschtel, äh, warte. Ja, ja. Erst. Aber das ist einfach nur... Okay, komm, 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 komm. Hast du die? Komm. Ja, ich versuch's ja, aber die... Stehen da ja, die wickste. Oder hier, du... Ach so, du hast sie ja nicht mehr. Sag das doch. Boah. Ich dachte, du hättest die Flagge. Warum? Warum soll ich sie haben? Ich hab dir gesagt, ich hab sie verloren. Ja, nee, aber du standst da gerade und war mit dem Emblem... Boah, ich war schon wieder kurz vorm Ausrasten, ey. Ich weiß, du schreist mich immer voll an, ey. Ich denk so, was will der von mir, der Wichser? Das ist im Eifer des Gefechts. Ja, genau. Warte. Pass auf, da kommen welche. Viele. Es ist, Mann. Hol dir die Flagge von dem. Oh, da ist einer. Ja, da ist einer, hab ich auch gesehen. Der Freund hat die Flagge, deine Mutter hat die Flagge. Ich hab ihn getötet. Schnapp sie dir, Mann. Pass auf, jetzt musst du sie halten und versteck dich irgendwo. Am besten reingehen. Genau, ich komm zu dir, pass auf, komm mal. Ah! Ich hab sie. Komm, zu mir wieder. Ich bin hier drin, wieder, wo du auch was. Wieder, wo du auch drin warst. Du weißt doch, wo ich bin. Nee, hier kommt voll viel, Mann. Printer. Ja, ich bin schon tot. New Host, please. Nö, Host ist gut. Aurora. Ja, guck dir mal den an, ey. Schiss, noob. So ein Spielmodus für David, ey. Boah, werde ich hier wieder gespawnt am Arsch der Welt. Ja, das geht mir auch grad voll auf die Eier, ne? Das find ich auch ein bisschen scheiße. Nein, nette, ihr, ey. Ach, jetzt kämpfen die da, ey. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin hinter dir. Sollen wir zusammen reingehen, oder? Pass auf, es sind zwei, ne? Hast du? Jawoll, Junge. Wo ist denn die scheiß Flagge? Sie ist da unten. Wie kommt die denn da hin? Ah, so, ja, hierher. Sie ist da runtergefallen. Ach so, okay. Ja, wir beschützen dich jetzt, Mann. Hier kommt einer. Oh, hier kommt zwei, drei, vier. Alle tot, Asset, down. Bäh, 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 bäh. Motherfucker, Asset, style. Und ich beschütze Wolverine. Und wir haben gewonnen. Ja, Mann. Das war ein schönes Ende. Aber der Rest war scheiße. Guck mal, wir müssen ja mal das ganze Team aufräumen. Hast du schön die Flagge gehalten am Ende. Das gefällt mir. Das ist gut gemacht. So. Ich glaube, das reicht jetzt auch mittlerweile. Willst du Uncharted spielen? Oder? Ja, können wir machen. Okay, dann gehen wir raus. Leute, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Mit der Wolverine und mit dem hier. Da war ja gar nichts. Wir haben uns überhaupt nicht mit den Zuschauern befasst. Klar, was willst du denn noch sagen zum Abschluss? Was die Leute hier drunter schreiben sollen? Was die drunter schreiben sollen, ist ja deren Sache. Es ist ja ein freies Land. Ja, aber du hast dich nicht mit denen befasst. Also wir müssen dich jetzt hier so mit denen befassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie hat es dir auch gerade gesagt? Nee, ähm, bleibt sauber, Jungs und Mädels. Ja. Und die Wolverine-Ausraster am Anfang waren noch hot-like, oder? Kommt, Leute. Jetzt schreibt noch mal hier drunter. Wolverine-Ausraster. Mua. Vor allem am Anfang. Das war richtig. Bevor wir die Pause gemacht haben. In dem Sinne ist es eigentlich traurig. Aber auf der anderen Seite irgendwie auch gut. Und weil, dass man sagt, also ich fand jetzt die Ausraster nicht so schön wie die älteren Videos. Aber auf der anderen Seite ist das schon krass, dass man sich irgendwie deswegen freut. Oder dass man in dem Sinne, ah ist doch kacke, die Ausraster waren nicht so, da ist kein Glastasch-Sprung, kein Schrank existiert, kein Molotow-Cocktail vom Balkon geworfen worden oder so. Ah, ja, das mit dem Molotow-Cocktail war krass. Aber leider haben wir das nicht auf dem Video. Das war krass, wo du den angezündet hast. Boah. Bist du triff, ey? Was geht denn mit dir ab? Da ist doch die eine Frau, die dann weggesprungen ist, ey. Was? Da ist doch die Frau, die dann weggesprungen ist. Ja, du Spinner, du Arschhaar geraucht oder was? Nee, Molotow-Cocktail getrunken. Hammerhart, echt, hammerhart. Ja, gut, Leute. Viel Spaß dann noch. Schönen Tag. Und so, whatever. Bis dann. Ciao, ciao. Haut rein.